Meine lieben Zuhörer, ich führe Ihnen jetzt ein paar Platten vor, die es nur noch auf 78er gibt, die ja bekanntlich nicht mehr hergestellt werden und falls diese mal zerstört werden, kaputt gehen, wollen wir sie auf Band festhalten. Als erstes die Blumenarie, mit Klavier gesungen, am 23. Juni 1947. Das ist meine erste Aufnahme bei Elektrola, die ich sozusagen zur Probe sang und die ganz gut gelang. Wäre das nämlich nicht der Fall gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich heute nicht das, was man so nennt. Also viel Vergnügen. Hier an den Herzen treu geborgen, die Blume sie von jener Morgen entblättert welk in Kerkollut, behielt sie noch den süßen Du. Ach, wie bange sind die düstren Stunden, den geschlossenen Augen geschwunden. Von du verraschend lag ich da. In dunkler Nacht dein Willigstar. Ich fluchte dir in wildem Grimme, doch Grollen sprach hier eine Stimme. Warum doch fühlt es das Geschick, dass du erschienst, dass du erschienst vor meinem Blick? Dann die Bittrölle ist rumverklagend, dann war es hoffensvoll, weil es verzagend durch blieb meine Herz der stille Schmerz. Ich war zu Gott mit heißem Flirn. Habt eurem Mädchen dich wieder zu sehen? Da standest du vor meinem Blick, »Klar«, klar fühlte ich es, warum nicht getan. Du, meine Wonne, meine Züge, Dein ist mein Herz, und ewig hier gehör' dich an. »Karmen, ich liebe dich.« 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 Vielen Dank.